Helene Fischer, traurige Offenbarung. Würde am liebsten einen Schalter umlegen.Helene Fischer gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. So herrlich normal erlebt man die.Ihr Privatleben bleibt Privat.Als Prominenter muss man sich relativ schnell entscheiden, wie viel man von seinem Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Während die einen lieben gern Einblick in ihr persönliches Leben gewähren und dafür sogar die sozialen Medien nutzen, halten andere ihre Privatsphäre streng geschützt. Auch Helene Fischer, 39, ward ganz bewusst einen großen Abstand zwischen ihrer öffentlichen und privaten Persona. Über Angelegenheiten wie ihre Beziehung oder Familie spricht die Schlagersängerin nur ungern, dabei soll es bei der Herzbeben-Interpretin gar nicht so viel anders zu Hause aussehen als bei den meisten Frauen. Sie steht am Herd, räumt die Wäsche weg und putzt, Helene Fischer führt ein ganz normales Leben. Im Interview mit der Schweizer Zeitung 20 Minuten offenbart Helene Fischer, dass sie viel lieber die private Helene als der Superstar Helene ist. Doch nach dem Mega-Erfolg, den die gebürtige Russin spätestens seit ihrem Dauerbeiner-Hit atemlos durch die Nacht erlangt hat, ist das schier unmöglich. Wenn ich die Bühne verlasse, würde ich am liebsten einen Schalter umlegen und nur die private Helene sein. Gleichzeitig bin ich mir aber bewusst, dass das nie ganz funktionieren wird. Ich glaube, viele können sich wohl gar nicht vorstellen, wie normal mein Leben eigentlich ist. Ende 2021 ist Helene Fischer zum ersten Mal Mutter geworden. Weitere Details über ihr Kind oder den Kindsvater behält die Musikerin jedoch für sich. Ihre Fans dürfte der Einblick in das Leben der Sängerin sicherlich überraschen. Schließlich gibt es genug Bummis, die ihren Luxus-Lifestyle in vollen Zügen auskosten und Haushaltshilfe, Kindermädchen und Co. Engagieren Helene hingegen packt Liebe selbst an.Helene Fischer, sie singt den Abspannsong vom neuen Disney-Film Wisch. Auf diesen Film haben Disney-Fans lange gewartet. Am 30. November erscheint endlich mit Wisch ein neuer Film des Animationsrissen. Die Musical-Comedy handelt von der 17-jährigen Ascha, die im Königreich der Wünsche lebt. In einem Moment der Verzweiflung wendet sie sich an die Sterne und wird erhört. Die herzergreifende Aussage der Geschichte, Wünsche werden wahr, wenn Mut auf Magie trifft. Produziert wurde der Streifen von den Die-Eiskönigin-Machern Chris Book und Jennifer Lee. Genau wie bei der Geschichte rund um Anna und Elsa dürfen sich die Kino-Zuschauer auch bei Wisch über viel Musik freuen. Die deutsche Gesangsstimme übernimmt Musical-Darstellerin Patricia Meden. Im Abspann kommen dann Schlager-Fans auf ihre Kosten, denn keine geringere als Helene Fischer, 39, wird den Abspannsong Weil der Wunsch es wert ist singen. Dies gab die verantwortliche BR-Agentur kürzlich bekannt. Die gelernte Musical-Darstellerin ist bekennender Disney-Finn und singt mit Weil der Wunsch es wert ist ausrisch erneut den Abspannsong eines Films aus den Walt Disney Animation Studios. Erscheinen wird der Song bereits von Kinostart am 17. November. Dann ist der gesamte Soundtrack bereits auf den Streaming-Plattformen zu hören. Man munkelt, ob Helene ihren Disney-Song bei ihrem Wetten, das Auftritt performen wird, um auch nochmal für den Film die Werbetrommeln zu rühren. Bestätigt ist bisher noch nichts.Helene Fischer, schon mit Vajana feierte sie bei Disney großen Erfolg. Lange überlegen musste Helene Fischer wahrscheinlich nicht, als die Anfrage reinkam, ob sie den Abspannsong zum neuen Disney-Filmwisch singen möchte. Die Schlagersängerin ist großer Fan des Animationsunternehmen. Bereits 2016 arbeitete die Blondine mit Disney zusammen und sang für die deutsche Version von dem Film Vajana den Song Ich bin bereit im Tonstudio ein. Punkt hier siehst du das Video zur Helenes Version von Ich bin bereit. Offenbar muss Helene der Disney-Song sehr am Herzen liegen, denn jene schafft es nicht selten auf die Setliste bei ihren Konzerten. Ob sie mit ihrem neuen Hit-Auswisch genauso einen Erfolg bei ihren Fans feiern wird, bleibt abzuwarten.